In Deutschland wird immer mehr geklaut und die Tagesschau versteht offensichtlich nicht, woran das liegen kann. Na mit Moins zusammen, ich bin Olli, wir helfen der Tagesschau hier gerne mal. Ich bin Olli, wenn du neu bist für kritische Content, jetzt ein Abo dalassen. Wir sehen das hier, ich find's grad so amüsant, sorry dafür. Diebstahl im Einzelhandel, es wird mehr geklaut. Oh, wie intolerant ist denn hier dieses Bild, eine schwarze Hand hier darzustellen? Guckt euch das mal an, das find ich ja ganz unangenehm. Aber gut, inhaltlich. Einzelhändler in Deutschland beklagen einen Anstieg von Ladendiebstählen. Betroffen sind vor allem Supermärkte und Discounter. Experten sehen dafür mehrere Gründe. Zum Beispiel wachsende Geldsorten durch die Inflation und Personalmangel, wie es hier heißt. Und das ist doch schon mal grundlegend interessant. Die Inflation, ich dachte, die fällt doch wieder. Und wir bekommen doch immer und immer wieder vorgesetzt und mitgeteilt, das mit der Inflation wäre doch gar nicht mehr so schlimm. Wir sehen doch hier zum Beispiel die Nachricht vom 1.7. von der Tagesschau. Die Inflation sinkt im Juni auf 2,2%. Also was habt ihr denn, liebe Zuschauer? Regt euch doch nicht auf. Ist doch nur noch 2,2%. Dass aber die 2,2% sich auf das Vorjahr beziehen und da man zum Beispiel dann vielleicht auch schon 5% hatte im Vergleich auf 2022 und da schon 5% auf gleich zu 2021, darüber spricht ja niemand. Es wird immer nur gesagt, ja, ist ja nicht mehr so stark gestiegen oder ähnliches. Oder war es, ich weiß nicht mehr von welcher Partei, deswegen will ich es nicht sagen, ein Politiker, der sagte, wieso regt ihr euch denn so auf über die aktuelle Inflation? Die ist doch gar nicht so viel, das teuert sich doch gar nicht mehr. Wisst ihr Leute, wer die Inflation noch nicht mehr verstanden hat, der sollte seinen Mund halten an dieser Stelle. Aber zurückzukommen zu der Kriminalität im Einzelhandel, sollte das doch wirklich keinen übersprachen, dass jetzt hier noch mehr los ist. Denn wir sehen ja hier, laut polizeilicher Kriminalstatistik stiegen Ladendienststelle um 23,6% auf insgesamt 426.000, im Vorjahr waren es nur, in Anführungszeichen, 344.000. Und ich habe doch gerade vor ein paar Wochen ein Video veröffentlicht, welches ich euch nicht vorenthalten möchte, das Planen Fachkräfte hatte ich das genannt. Und hier geht es speziell um das sogenannte Shoplifting, was in den USA der absolute Supertrend gerade aktuell ist und ganz, ganz große Probleme nämlich bereitet. Wer das Video noch nicht gesehen hat, mitbekommen hat. Die Kurzversion davon. Die Kurzversion davon ist, so sieht man, dass in New York beispielsweise, wenn wir jetzt nach New York City gehen, wo das sehr, sehr stark stattfindet, man ist jetzt beispielsweise ein Geschäft, was Parfum oder auch Gürtel, also Kleidung oder auch andere Sachen verkauft. Zu sehr hohen Preisen. Ich sage jetzt einfach mal Parfum für 200 Euro. Da wird reingeflitzt, da wird sich die Tasche voll gemacht, alles unter einem gewissen Betrag, 1000 Dollar in der Regel und danach wird wieder rausgeflitzt und die Sachen werden entweder vor dem Geschäft, habe ich es schon gesehen in einem Bericht, in so einem Ladenlokal vor Ort, also auf der Straße, auf dem Tapzierertisch oder aber an ein Nachbargeschäft verkauft. Also nochmal, im Laden gestohlen und vor dem Laden verkauft, direkt an irgendwelche Touristen oder Ähnliches oder aber in einem Nachbargeschäft. Warum sollte das Nachbargeschäft das ankaufen? Warum? Logisch. Wir nehmen an, dieses Parfum hat einen EK, also Einkaufspreis von 50 Euro. Dann wird das Parfum angeboten für 25 Euro. Von mir ist das Dollar. Ihr wisst, was ich meine. Und dementsprechend verkauft er das dann nachher nicht mehr für 200, sondern für 150 Dollar. Da wird doch jeder sagen, ja ich bin ja doof, wenn ich in den Originalladen gehe und kaufe das für 200, anstatt es da drüben 5 Meter weiter für 150 zu verkaufen. Oder aber andere Möglichkeit, die Sachen werden gestohlen und werden bei Ebay verkauft. Aber nicht als Heelerware, sondern als Normalware. Du kannst nicht mehr unterscheiden, ob du Heelerware, weil es so extrem günstig ist, kauft, aber es ist ein bisschen günstiger und denkst, ja du kaufst ein gut rabattiertes Produkt, ist ja Internet, Amazon Marktplatz, Ebay oder auch Kleinanzeigen in Deutschland sind da Plattformen, wo es langsam hier in Deutschland ebenfalls auch losgeht. Also ganz offensichtlich sehen wir, dass hier massive Probleme auf uns zukommen. Und wenn wir nochmal zurückgehen in diesen Artikel, sehen wir hier, der dadurch entstandene Schaden für den Handel liegt damit 15% höher als im Vorjahr. Einen Anstieg gibt es danach im Lebensmittel- und Bekleidungshandel sowie bei Drogeriemärkten. Und das ist ganz interessant, denn 15% höher als im Vorjahr, das ist heftig. Und wenn es hier auf den Schaden geht, der entstandene Schaden liegt hier nochmal 15% höher, wie es heißt, dieser entstandene Schaden, wer bezahlt den denn? Den bezahlen in erster Linie natürlich, klar, die Betroffenen, sprich die Geschäfte. Was machen die denn? Die erhöhen die Preise. Die gehen natürlich hin und kalkulieren das mit ein. Und wir, im Endeffekt, wir Bürger, sind diejenigen, die das bezahlen müssen. Und ich mag hier gerne nochmal daran erinnern, was wir doch vor einem guten halben Jahr mitbekommen haben. Ende Dezember. Hilferuf von Regensburger Edeka-Chef, Ladendiebstähle von Asylbewerbern nicht mehr tragbar. Und der Mann, selber Migrationshintergrund, der Konstantin Gatzke, Leiter eines Edeka-Filialgeschäftes, hier im Bild nochmal zu sehen, hatte genau diese Problematik ja bei Facebook moniert, dass nämlich Fachkräfte dort reingehen, leere Taschen einfach reingehen, öffnen sich die Schranke, zack, gehen rein, füllen sich die Taschen mit den schönsten Leckereien, die so ein Edeka-Markt zu bieten hat. Und danach, einer steht vorne an der Schranke, bewegt hier kurz die Hand oder geht kurz rein, zack, die Schranke geht auf und man geht einfach durch den Eingang wieder raus. Tausendfach passiert das. Wenn wir uns das nämlich hier angucken, hatte sein Ärger hier Luft gemacht und so weiter. Hier 124 Euro, kein Einzelfall. Das ist ja Quatsch, also es sind ja alles nur Einzelfälle, das müssen wir hier in der Stelle nochmal festhalten. Und bei ihm belog der Schaden mehrere tausend Euro jeden Monat. Das sehen wir dann nämlich hier, monatlicher Schaden von 5000 bis 10.000 Euro. Und die Polizei ist dort auch relativ machtlos gewesen seinerzeit. Und hier auch nochmal das Bild in Größe zu sehen, wie dann hier alles einfach komplett voll gemacht wird und einfach rausgegangen wird. Was ist die Folge dadurch? Der hat zahlreiche Videokameras installiert, um das zu überwachen. Der hat neues Personal eingestellt zur Sicherheit, also Sicherheitspersonal und so weiter. Und häufig die Polizei informiert etc. pp. Und natürlich werden dadurch auch die Produkte in diesem Geschäft teurer. Das ist einfach die Konsequenz aus der Politik, die wir gerade nun mal seit mehreren Jahren im Westen Deutschlands, dass es jemals gegeben hat, sehen. Und da soll sich jetzt nicht irgendjemand darüber aufregen, muss man hier doch wirklich ganz klar sagen. Das ist die Politik, die gewählt wurde. Dass es so läuft und hier abgeht. Und das Ganze geht zurück auf EHI. Hier bezüglich einer Studie, die erstellt wurde, täglich 100.000 unentdeckte Ladendiebstähle. Und da sehen wir nämlich hier, die Inventurdifferenz beträgt hier sage und schreibe 2023 4,8 Milliarden Euro. Das sind Beträge, die sind der absolute Wahnsinn. Und das Ganze bezieht sich hier auf Einschätzung von 78 Unternehmen. Also wirklich unfassbar, was hier mittlerweile passiert. Und ich bin felsenfest überzeugt. Klar, für den Eigenbedarf machen das zahlreiche. Keine Frage. Aber ich glaube auch, dass sich dieser Markt, wie wir es in den USA sehen, mit diesem sogenannten Shoplifting, immer weiter festigen wird und immer stärker auch nach Deutschland kommen wird. Weil es offensichtlich leicht gemacht wird. Und man natürlich auch relativ wenig zu verlieren hat, wenn man jetzt hier in so einer Unterkunft unterwegs ist und so weiter. Oder die Polizei die Taten auch teilweise gar nicht verfolgt, weil man schon weiß, dass man dagegen nichts machen kann und ähnliches. Das ist halt schon sehr, sehr krass, wenn man sich das mal überlegt. Besonders auf den Edeka nochmal bezogen. Da waren ja solche Aussagen im Raume von den Polizisten. Das heißt, die wohnen halt dort und da gehen wir nicht hin oder wir verfolgen diese Taten nicht und ähnliches. Das kannst du dir alles nicht mehr ausdenken. Aber nochmal, wie gewählt, so geliefert. Jetzt schreibt eure Meinung in die Kommentare, abonniert den Kanal, bis zum nächsten und ciao. Bis zum nächsten Mal.